Normalerweise hätte er umkippen müssen, weil es wirklich so ist, dass wenn eine Einheit zwei Schwerter hat, dass sie dann besiegt ist. Was weiß ich doch, das letzte Mal glaube ich schon drei Schwerter in einer Einheit. Nein, noch nie. Wollen wir die Streamaufnahme nachgucken? Schatz, ich kenne das Spiel besser als du und ich habe es schon 180.000 Mal gespielt. Okay, ich gucke die Streamaufnahme nach. Hier muss ein Over-Off-Trips sein. Leute, ich bin mal kurz weg. Es dauert ein bisschen, entschuldigt. Sie haben den Kampfeswillen verloren. Biete ihnen an, sich zu ergeben. Setz Kiba und seinen Sohn Klaus fest, aber verletz sie nicht. So, sie müssen sich ergeben. Vielleicht habe ich es ja geschafft. Vielleicht meinen die ja damit vernichtet. Du siehst zufrieden aus. Du musst gewonnen haben. Pelika ist glücklich. Dolgan ist auch glücklich. Du bist okay. Bist du okay? Bist du nicht verletzt? Tut dein Bauch nicht weh? Es sieht so aus, als wärst du okay. Feindliche Generäle, dies ist Kiba und dies ist Klaus. Ihr wart gut. Ich habe mir bis zum Ende Sorgen gemacht. Hab mir voll aufs Maul gehauen. Du hast dir nicht das Recht erworben, mich beim Namen zu nennen, Junge. Töte mich und wir haben es hinter uns. General Kiba ist ein großartiger General und sein Sohn Klaus ist auch ein militärisches Genie. Lord Ryu, ich schlage vor, dass du sie freilässt und sie als unsere Verbündeten akzeptierst. Schneide die die Kehle durch! Okay. General Kiba, schließen Sie sich uns an. Wir brauchen Ihre Stärke. Ich weigere mich. Ich schulde meiner Loyalität Agaris Blythe, dem König von Highland. Mich mit dem Feind zu verbünden, würde meinen guten Namen beschmutzen. Ich störe meinem Vater zu. Ich könnte mir nicht vorstellen, mein Schwert gegen mein Vaterland Highland zu erheben. Jetzt komm schon! Wir erhielten einen Brief von der Armee von Highland. Was? Lies ihn. Ja. König Luca sendet dir dieses Geschenk zu Ehren deiner Tapferkeit. Wir freuen uns schon auf die nächste Schlacht. Gezeichnet Leon Silverberg, das ist alles. Klaus, wie deutest du diese Nachricht? König Agaris ist wohl von Prinz Luca ermordet worden. Was? Klaus, sei nicht so voreilig! Die Verlobung von Lady Jillia, der Tod von Lord Agaris. Die Veränderungen in der vierten Kompanie, das ist alles, woran ich denken kann. Hm. Es ist nicht das Ziel von Luca Blythe, einen Sieg für das Königreich zu erringen. Er will das Leben aller Bürger des Stadtstaates nehmen. Aber es ist nicht nur der Staat, den er fürchten muss. Der Ehrgeiz von Luca könnte auch Highland zerstören. Hm. Vater, drück nicht so schnell den Text weg. Ich verstehe. Lord Ryu, es ist eine Schande für einen Krieger, seinen Dienstherrn zu wechseln. Aber ich nehme diese Schande auf mich. Bitte lass mich mit dir kämpfen. Juhu! Schade, ich dachte, du musst den Kampf nochmal machen. Nö. Lord Ryu, es sieht so aus, als wäre ich dir nicht gewachsen. Mein Genie allein war nicht genug, dich und deine eindrucksvolle Streitmacht zu besiegen. Aber von heute an unterstelle ich mich deinem Kommando. Bitte nutze meine Fähigkeiten für deine Zwecke. Ja, Kiva ist der Gruppe beigetreten. Und Klaus ist auch der Gruppe beigetreten. Modern. Aber ich möchte wissen, ob es mein Fehler war, dass Leon Silverberg sich mit ihnen zusammengeschlossen hat. Schuh. Keine Ahnung. Schüchen. Schüchen! Ah, wir haben mal wieder gepennt. Du wurdest nicht geweckt von irgendjemandem. Yeah! Endlich mal Ruhe. Endlich mal Eigenverantwortung. Ah, mit Post. Nö. Na, dann gehen wir direkt für Fragen, was nun ansteht. Hä? Nichts? Keiner da. Ja, Lord Ryu, möchtest du diese Einheiten neu ordnen? Nein, im Moment nicht. Dankeschön. Das könnte ich natürlich auch zwischendurch mal machen. Ein bisschen Ordnung machen. Meine Einheiten ordnen, ja. Dann könnte ich zum Beispiel die vielleicht mal rausnehmen, die eventuell sterben könnten. Oder nichts treffen. Also alle. Was soll ich denn jetzt machen? Wo soll ich jetzt hin? Wo twiggert es das Event? Was zum Kuckuck? Vielleicht am Eingang. Ah, am Eingang. Verdammt! Wohin ist der Kerl gegangen? Seine Beine müssen genauso schnell sein wie seine Hände. Hm? Der Kerl, also China? Ich weiß nicht, ob Kerl schon wieder falsch über... Okay. Huch, das war aber knapp. Bis sich die Situation beruhigt hat, ist es wohl besser, wenn ich mich mit Victor und den anderen verberge. Hinter mir! Okay, was ist denn er für ein komischer Typ? Komischer Typ? Steht nicht auf der Liste. Steht nicht auf der Liste. Er steht... Kannst du ignorieren. Er steht nicht auf der Liste. Er steht weiter unten auf der Liste wahrscheinlich. Also. So, dann gehen wir mal direkt gucken. Der ist bestimmt jetzt hier irgendwo reingerannt. Bist du schon wieder müde? Ja. Ach guck, und auf einmal ist sie full house. Typisch. Lord Ryo, wir haben nach dir gesucht. Wo bist du gewesen? Selbst Lord Ryo braucht hin und wieder Zeit für sich allein. Schließlich ist er noch ein junger Mann. Halt die Klappe. Lord Ryo, bitte vergiss nicht deine Verantwortung. Als Anführer der Dragon Armee. Wenn du die Burg verlässt, müssen wir alle Vorsichtsmaßnahmen treffen, damit dir nichts passiert. Die Armee würde ohne deine Führungskraft zusammenbrechen. So, jetzt wo wir das hinter uns haben, wollen wir uns der heutigen Lagebesprechung widmen. Bitte fang an, Eppe. Die Dragon Armee hat jetzt fast 25.000 Soldaten und entspricht damit ungefähr der Größe jeder Kompanie. Der Heiland Armee. Die Heiland Armee besteht aus vier Kompanien, von denen die erste, dritte und vierte Kompanie auf uns angesetzt sind. Die dritte Kompanie von Kiba hat bei der gestrigen Schlacht fast zwei Drittel ihrer Streitkräfte verloren. Aber die noch verbleibenden Kompanien sind absolut ausreichend, um diese Burg leicht zu überrennen. Wenn wir ihren Angriff überleben wollen, ist es unbedingt erforderlich, dass wir unseren eigenen Streitkräften Mut zu sprechen. Tinto verstärkt seine Grenzsicherungsmaßnahmen, aber lässt uns über seine Absichten im Dunkeln. Wir haben eine Reihe von Booten geschickt, aber bisher keine Antwort erhalten. Punkt, 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 Punkt. Greenhill steht unter der Kontrolle von Highland. Mathilda hat seine Position nicht verändert und Tinto ignoriert uns. Wir haben keine anderen Verbündeten, an die wir uns wenden könnten. Dies könnte das Ende sein. Wir haben keine Zeit mehr. König Nucca Blythe wird in Kürze den Angriff befehlen, sobald er zur Frontlinie zurückkehrt. Es sieht so aus, als ob ich meinen alten Herrn um Hilfe bitten müsste. Was zum Teufel? Hi, ich bin Einbrecher. Apple, hey Apple, wie geht es dir? Du siehst viel weiblicher aus, seitdem wir uns das letzte Mal... trafen. Wer bist du? Nun, sagen wir einmal, dass ich ein alter Freund von Apple bin. Wie kannst du es wagen, so etwas zu sagen? Spielst du immer noch die Unnahmbare, hey Apple? Wir sind mitten in einer wichtigen Konferenz. Ihr beiden könnt am Ende eure alten Erinnerungen austauschen. Bitte, verlass jetzt sofort den Raum. Hey, warte mal eine Minute. Hör mir zu, was ich zu sagen habe. Mein Vater. Ridley, bitte warte mal einen Augenblick. Unsere Lage ist ernst. Wir brauchen kaum die Hilfe eines alten Herrn, eines durchreisenden Streuners. Nein, warte einen Augenblick. Fass mich nicht an. Mein Vater ist der Präsident der Republik Thoran. Ja, das glauben wir auch. Nein, bitte wartet. Er sagt die Wahrheit. Er ist wirklich der Sohn von Präsident Lepant. Scheiße. Und er freut sich. Ich habe von meinem Vater und von Apple alles über euch gehört. Was ist denn die Republik Thoran? Es ist ein neues Land südlich der Allianz der Städte, das gegründet wurde, nachdem der Erzfeind der Allianz, das Scarlet Moon Empire, überwunden und dessen Kaiser Barbarossa getötet worden war. Der erste Präsident ist ein Mann namens Lepant, obwohl ich hörte, dass es eigentlich MacDole war. Der Held der Barbarossa bezwang, der eigentlich den Thron hätte übernehmen sollen. Ich glaube, das ist gerade so die Story vom ersten Suikoden-Teil. Okay. Hm, eine Allianz mit der Republik Thoran ist sicherlich keine schlechte Idee. Es ist eine schreckliche Idee, doch. Das Scarlet Moon Empire hat vielleicht seinen Namen geändert, aber sie sind immer noch ein Feind der Allianz. Wie könnt ihr nur daran denken, euch mit einer so abscheulichen Nation einzulassen? Darum wurde das Scarlet Moon Empire zerstört und die Republik Thoran geschaffen. Es ist jetzt ein vollständig anderes Land, genauso wie eure Dragon-Armee unabhängig von der Armee der Allianz der Städte ist. Es stehen keine Gründe dagegen, keine Allianz zu bilden. Was meinst du, Lord Ryo? Ja, bilden wir eine Allianz. Ich finde, es ist eine großartige Idee. Aber wie kommen wir nach Thoran? Wir haben ein Boot nach Highland genommen, aber es gibt keinen Weg, das Ötland südlich von hier zu durchqueren. Es ist einfach nicht möglich. So, wirklich? Ich habe es dreimal durchquert. Allerdings bin ich dabei tatsächlich bald umgekommen. Fried, du weißt doch sicherlich einen Weg. Nun, ja. Ich vermute, dass man von Radat, der Stadt östlich von South Widow, zur Republik Thoran kommen kann. Dann ist es entschieden. Tut mir leid, ich kann es nicht tun. Oh, ihr solltet euch endlich entscheiden. Ihr könnt nicht auf ewig in der Vergangenheit leben. Ohne ihre Hilfe könnte South Widow selbst zerstört werden. Ich verstehe. Lord Ryo, ich werde dich als Führer begleiten. Gehen wir nach Radat. Ohne. Yay. Jetzt muss ich Fried mitnehmen. Unterlevelte Leute, hurra. Ich gehe auch. Auf diese Art und Weise wird alles glatter gehen. Ach nee, jetzt muss ich den auch noch mitnehmen. Immerhin hat er ein bisschen Level. Ach komm, nimm den doch mit. Bitte, Lord Ryo, wir brauchen unbedingt Verbündete. Du musst eine Allianz mit der Republik Thoran bilden. Okay, aber jetzt gehe ich erstmal auf Rekrutenjagd. Ole. Wuhu, denn jetzt müssten wir eigentlich Schloss Level 3 haben. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten, Lord Ryo. Können wir in South Widow halt machen, ehe wir nach Radat. Window steht da. South Widow. Die südliche Witwe gibt es nicht. South Widow halt machen, ehe wir nach Radat gehen. Ich weiß, dass es egoistisch von mir ist. Aber ich möchte es noch einmal sehen, ehe wir abreisen. Ja gut, wenn es sein muss. Speichern. Nein, ich gehe jetzt auf Rekrutenjagd. Okay, Game Over. Gute Nacht, Leute. Wieso sollte ich da jetzt Game Over gehen? Jetzt kommen 50 Phantomritter, die dich töten wollen. Pass mal auf. Die müssen sich dann trotzdem anstellen. So läuft das bei dir immer in einer Reihe. So, ich brauche Shiro. Mal wieder. Shiro, Shiro, Shiro. Wo ist der verdammte Hund? Okay, den brauche ich schon mal. Shiro. Da. Shiro. So, und dann nehme ich noch meine Lieblinge mit. Wo sind die schon wieder? Es sind einfach zu viele Leute mittlerweile. Da, da sind sie doch. So. So. Sehr schön, das haben wir wieder. Shiro muss nach vorne. Perfekt. Knobel, 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 lad, lad, Gruppe fertig. So, jetzt gehe ich wieder zur Wiki und lasse mich wieder teleportieren. Wehe, das klappt dann wieder nicht. Ich weiß halt auch nicht, woran man sieht, dass man dann Schloss Level 3 hat. Ausbauen. Sieht größer aus als vorher wahrscheinlich. Shazam! Natürlich ist es dann größer als vorher, aber ich renne ja nicht ständig das Schloss ab. Warum nicht? Ist dein Schloss. Muss man doch genießen. Hallo Badeauks. Hi. Ach, nö. Was geht? Kennen wir uns. Verdammt. Mach's gut, Sasa. Bye, bye. Es funktioniert nicht. Das Problem ist, beide brauchen jetzt Schloss Level 3. Es sei denn, du willst Feather noch nehmen, aber ich glaube, dafür brauchst du Badeauks. Ich versuch's trotzdem mal in dem Walddorf. Soll ich nachgucken, wann Level 3 kommt? Das hat ja auch was mit der Rekrutenanzahl zu tun, aber ich hab ja bisher alle, also müsste ich doch eigentlich rein theoretisch das dritte Ding haben. Kannst du irgendjemanden ansprechen und der sagt dann, hey, ausbauen des Schlosses kann jetzt gemacht werden? Nein, das geht automatisch. Hm. Deswegen sag ich ja, mit der steigenden Rekrutenzahl verbessert sich dann auch das Schloss. Ja, ich weiß, ich lauf die ganze Zeit weg. Egal. Ja, gegen Bettler würde ich auch nicht kämpfen wollen. Das ist irgendwie komisch. Du da! Woher bist du gekommen? Geh nach Hause! Ja, okay, hier kann ich eh noch nicht rein. Der Feather hat Kindergeburtstag, hier kommt keiner rein. Es könnte natürlich auch sein, dass ich das erst in Radat noch machen muss. Dass die dann da halt die falsche Reihenfolge haben. Dann müsstest du mal gucken, was da noch nachkommt nach den Badeauks-Geschichten da. Badeauks. Badeauks. Wie wäre der richtig, wenn du so spielst? Badeau? Badeau. Ja, ist so! Du kennst euch die Stadt Bordeaux, oder? Mhm. Das ist Frankreich. Deswegen müsste er eigentlich genauso geschrieben sein. Das heißt, es wäre Badeau. 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 Da finde ich Badeauks lustiger. Okay, nimmst du Badeauks, ich nehme Badeau. Suchst du was Bestimmtes? Nenem Typen. Ich weiß nur nicht, wo der ist. Könnte sein, dass der einfach hier so rumsteht. Da war ein Typ. Nein. Das ist dann ein auffälliger Typ. Du wirst ihn erkennen. Hm. Der ist nicht auffällig. Hm. Nein. Der auffällige, unauffällige Typ hinter dem Baum, ist der auffällig? Nein. Ach, das ist ein Farmer. Okay. Oh, hier gibt es ein Schaf. Ist das nicht ein lebhaftes kleine Slamchen? Nein, ich verkaufe dir nur für 4.000 Potschwasser aus. Du dazu. Hahaha. Was lachst du mich auf? Hahaha. Bitte sehr, Sorge gut dafür und vielen Dank. Hör auf alte Leute auszulachen, das ist wohl höflich. Oh Mann, ey. Ne, der scheint auch nicht da zu sein, also habe ich auch noch nicht zu lassen, Level 3. Der im Walddorf, der die also jetzt gerade suchen wollen, ist der Connell. Na gut, vielleicht in dem Haus? Nup. Hm. Na gut, dann marschieren wir jetzt wieder zurück. Marsch, marsch. Den ganzen weiten Weg wieder zurück. Na gut, aber dann machen wir erst beim anderen mal weiter. Da muss ich nämlich jetzt wirklich erstmal gucken, wie ich mich dann ausrüste für Radat, äh, Quatsch, für Radat, für diese andere Republik und so. Ich weiß nämlich noch, dass wenn wir mit dem Schiff da runterfahren, dann sind wir erstmal in einem Wald und da muss ich mich dann wieder durchkämpfen und da gab es ziemlich starke Monster. Mhm. Das heißt, äh, es würde nicht schaden, dann vorher nochmal auszurüsten und so weiter. Vor allem, da ich ja Fred mitnehmen muss und den anderen Typen. Wofür? Weil Fred ist ja eigentlich der einzige, den ich leveln muss. Ne, ich meinte diesen Schena oder wie der heißt. Achso, den Sohnemann. Mhm. Dann laufe ich jetzt zurück in mein Schloss. Wir können nochmal abspeichern, können nochmal gucken, ob wieder ein Kochwettbewerb stattfindet. Ja, bitte. Kochwettbewerb zum Schluss ist eine schöne Idee. Und dann machen wir Schluss für heute. Ich glaube, der Rest ist eh schon eingeschlafen, von daher. Chat, wollt ihr noch einen Kochwettbewerb? Wenn ja, bitte jetzt klingeln laut. Auch wie wir das hören sollen, weiß ich nicht, aber schreibt es einfach. Wenigstens muss ich nicht mehr würfeln, glaube ich. Ich glaube, es gibt keinen Charakter mehr, den ich durch das dämliche Würfelspiel rekrutieren muss. Hattest du das schon geschafft, also? Dann ist es ja gut. Yep. Das war so schrecklich. Dieses Würfelspiel ist so das, was mich hier in dem Spiel jedes Mal aufregt. Hm. Ist einfach furchtbar. Muss ich das mal für dich spielen? Du wirst es auch furchtbar finden. No, du hype nicht. Du wirst es furchtbar finden. No. Du kannst gerne gleich mal eine Runde spielen, denn die Typen, die ich rekrutiert habe, sind hier irgendwo im Schloss, damit du das spielen kannst. Dann speichere halt vorher einmal. Das wollte ich ja sowieso machen. Ja, auch vor dem Kochwettbewerb und so weiter, ne? Hm. Wer ist der Typ in der dunklen Kapuze? Irgend so ein Typ. Niemand Wichtiges. Also hier laufen auch so unwichtige Leute rum. Ganz normale NPCs halt. Denk dran, die unwichtigsten Leute in den dunklen Kapuzen sind meistens Spione. Ich sag's dir. Die nicht. Hm. So. Jetzt geh ich nochmal gucken. Ob kochen? Mhm. Wir gehen hier mal durch die Halle. Egal. Mal sehen, was es hier so gibt. Boah, ne Bühne, ey. Boah. Los, im Pro, im Pro. Für die Bühne gibt's irgendwann auch jemanden. Hm. Da kannst du dann tanzen. Oh je. Moment mal, aber die Bühne war doch vorher doch gar nicht fertig. Also muss ich doch jetzt Schloss Level 3 haben. Hm. Vielleicht brauchst du erst einen Dialog, der sagt, dass du Schloss Level 3 hast und dann zählst. Nee, das wird ja nicht gesagt. Hm. Auf jeden Fall ist wieder jemand Neues da. Mhm. Weil nicht! Bring den kleinen Schleicher Hayo sofort hierher! Komm ja schon, komm ja schon. Wer bist du? Bist du Hayo? Ich fordere euch auf! Warum? Wer bist du übrigens? Halt den Mund! Ich bin hier, um mich für meinen großen Bruder Ryuki zu rächen. Achso, deswegen Ryoko. Achso. Oh nein. Was soll ich nur tun, Ryoko? Ich weiß es nicht. Kämpf mit ihm, Hayo. Genau! Achso, der andere. Genau! Das war, was ich von Ryoko erwartet hätte. Okay, fangen wir an! Von Ryoko erwartet hätte. Okay, dann. So. Oh Gott. Da sitzt ein Roboter in der Jury. Schiebogen. Der futtert nichts. Speedboob will viel Öl und Schrauben haben, bitte. Guten Tag, alle Mitternahmen. Es geht jetzt heute los. Ich bin futtert schon. Die Schiedsrichter. Was erhält man, wenn man ein Fass mit einer Aufziehpuppe kreuzt? Kann dieses Ding wirklich speisen, beurteilen? Es ist das Gadget. Sie liebt süße Sachen, aber macht sich um ihre Figur sorgen. Die liebenswerte Bibliothekare Emilia. Genau wie ihre Persönlichkeit liebt sie delikate Gewürze. Es ist Aili. Und die Frau, von denen viele sagen, dass sie zu gut für Freed sei. Sie ist durch und durch Japanerin. Es ist Yoshino. Okay. Süße Speisen. Achtet auf die Figur. Was war das andere, Mama? Keine Ahnung. Wir nehmen süße Speisen. Wenn Frauen da sind, ist Süßspeise-Bramm gar nicht schlecht. Nur mit dem Roboter. Da haben wir ihnen gesorgt. Hm. Was für Robotergerichte haben wir denn parat? Schauen wir mal. Hm. Hey, mach das nicht so laut. Ich will auch coole Musik hören. Na gut, ich gebe mir Vorspeise. Hm. Was ist Vorspeise gibt es? Moment, Japanerin. Vielleicht will sie japanische Gerichte haben. Dann vielleicht der Bratreis direkt. Oder irgendwie sowas. Tempura? Hm. Ja, nehmen wir Tempura. So. Als Hauptgericht gibt es Kuchen. Okay. Denkt dran, guckt auf ihr Gewicht. Und als Nachtisch Eis. Oh je. Ich kann nicht, ich muss die Augen zumachen. Es ist bereit, es geht los. Ich habe ja abgespeichert, oder? Oh je, oh je. Diesmal zweifle ich wirklich. Nee, ich habe abgespeichert. Also zur Not kann ich das so wiederholen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele noch kommen. Irgendwann kommt ja dann der Big Boss persönlich von dieser Dragon. Gruppe, wie auch immer die heißen. Er ist die ganze Zeit am salzen. Salz, Salz, mehr Salz. Wir kochen für Shiva. Wo ist der, der jetzt in der Jury sitzt? Da, noch mehr Salz. Salz. Ja, kann ich mehr auch. Bis zum Ende der Zeit, komm Salz, 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 Salz. Oh, und einmal flammieren. Sehr gut. Aber wir machen sie nach, ne? Wir haben auch eine Menge Salz drin. Ja. Oh Mann, ey. So, die drei Gerichte sind fertig. Als erstes von den Herausforderern. Es ist geröstete Sohle. Schuhsohle. Okay, eure Wertungen. Was gibt der Roboter? Drei, drei. Eins, drei. Oh, eine Zehn. Dann schauen wir mal, was wir mit Tempura anstellen können. Dafür gibt es... Oh. Das ist nicht so gut. Sechs. Vier Punkte im Rückstand. Das müssen wir gut aufholen. Als nächstes das Hauptgericht des Herausforderers ist... Auflauf. Drei, drei, zwei. Das könnte ein Problem werden. Das war wieder eine Zehn. Komm schon, ihr mögt alle Kuchen. Kuchen. Was gibt es dafür? Dafür gibt es eins, eins, zwei. Also Schatz, ich muss sagen, du hast, glaube ich, nichts gut gemacht. Nee, ich klappau nicht. Und zu guter Letzt bleibt es dann als Nachspeise... Spintenartkuchen. Oh Gott, eins, 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 eins. Okay. Also jetzt müsstest du mit dem Speiseeis wirklich durch die Bank... ...vier, was auch immer raushauen, damit du noch gewinnen könntest. Ich glaube, fünf ist das höchste. Fünf, 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 fünf. Fünf, 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 drei, eins, zwei... Die mögen hier gar nichts. Die haben sich gegen mich versporen. Das tut mir aber leid, mein Schatz. Ja, dann muss ich das wiederholen. 27 zu 20. Oh nein. Ja, das muss ich nochmal wiederholen, sonst kriege ich das Rezept für Auflauf nicht. Oh, dann musst du das nochmal machen, Schatz. Ja, aber nicht jetzt. Warum nicht? Du hast verloren. Stille dich deiner Schonde. Ich hab' gewonnen, ich hab' gewonnen. Ich hab' etwas geschafft, das mein großer Bruder nicht geschafft hat. Juhu. Ah, 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 diese Stande. Hältet versprechen, gib mir das Moonbird-Rezept. Dum, dum, dum. Hm. Ja, ich muss das nochmal wiederholen. Es tut mir leid, vergib mir, ich konnte mein Versprechen nicht halten. Schon bin. No. Egal. Wir werden es nochmal schaffen. Ein anderes Mal. So, ich geh' jetzt nochmal hier durch das Schloss. Es ist nämlich merkwürdig. Das Schloss wird ja erweitert. Und vorher war doch hier noch ein kaputter Raum, als ich hier vorhin durchgerannt bin. Ich weiß nicht. Eben auf die Bühne und schau' nach. Hm. Und jetzt ist hier auf einmal eine Bühne. Also muss ich eigentlich Schloss Level 3 jetzt haben. Hm. Hm. Aber Cornel ist ja auch nicht da. Schloss Level 3 erforderlich. Soll ich es mal nachgucken, Schatz? Nee, brauchst du nicht. So, wir machen nämlich jetzt Schluss für heute. Speichern werde ich jetzt nicht, weil ich verloren habe. Das werde ich beim nächsten Mal nochmal wiederholen. Ich meine, das geht nicht mal. Beim nächsten Stream werde ich es nochmal versuchen damit.